Die Iris Reinhard-Hassenzahl ist heute bei mir die freie Traurednerin und heute geht es darum, was man bei der Buchung vom freien Trauredner beachten sollte, wie findet man seinen freien Trauredner und wie das Ganze so generell abläuft. Und ich glaube, du kannst uns da ein bisschen mehr erzählen. Also ganz wichtig ist natürlich die Chemie, dass die stimmt. Wir haben sehr viel Spaß. Ja, das ist ganz klar. Also deswegen immer kennenlernen, Gespräch, kennenlernen, Treffen ausmachen. Ich habe mit meinen Paaren, auch wenn sie weit weg wohnen, kennenlernen Skype-Chats und kennenlernen Telefonate. Das funktioniert auch gut, aber Treffen ist natürlich immer noch besser. Und dann einfach gucken, funktioniert es, funktioniert es nicht. Und danach entscheiden Bauchgefühl einfach. Und natürlich, was auch wichtig ist, ist dieser Trauredner in meinem Budget irgendwie machbar, möglich und wie kommt man? Was ist denn so generell, also nur so ein Richtwert von bis, was kann Trauredner kosten? Alles. Von bis, alles. Ich habe alles schon mitbekommen. Gehen wir von einem professionellen Trauredner aus? Ich sage mal zwischen 700 und 1200 sowas. Ungefähr, ja. Also das ist, glaube ich, eine ganz gute Richtlinie. Es gibt welche, die das auch für 300 anbieten. Da muss man sich natürlich dann auch fragen, wie viel Zeit kann derjenige investieren und wie gut wird die Rede am Ende. Es gibt auch welche, die 2.000 wollen. Das ist wie bei Fotografen auch. Also ein Hobbyfotograf zum Beispiel, der kann dir auch eventuell die Hochzeit für 300 Euro machen. Genau. Das ist aber die Frage, wie gut wird das am Ende. You pay what you get. Und die Trubes werden halt, wie sie werden. Momente können verloren gehen und die Qualität. Und so ist es bei den Traurednern ganz genau so einfach. Ja. Ja. Je mehr Zeit ich investiere, desto mehr koste ich natürlich auch. Das ist ganz klar. Ja. Und desto besser wird es am Ende. Desto persönlicher wird es. Aber gerade eine freie Traum ist ja auch sowas, was an dem Tag vor allem super wichtig ist. Und super emotional nochmal. Weil gerade, wenn man es sagt, Standesamt, das vergessen wir mal. Es kommt super stark auf den Standesbeamten an. Ich habe schon Standesbeamten gehabt, die haben super, super schöne Regen. Und andere Standesbeamte, die haben halt die Dokumente vorgelegt. Du steckst nicht drin. Du steckst einfach nicht drin. Also ich habe ein Paar, die eigentlich ursprünglich nur standesamtlich heiraten wollten. Und die haben gesagt, wir haben uns gefühlt, als würde uns jemand eine Waschmaschine verkaufen wollen. Vertrag unterschrieben, fertig. Und die waren so enttäuscht, dass sie jetzt ein Jahr später nochmal eine freie Traum haben wollen. Und andererseits kann es auch ganz toll sein, aber du weißt es halt vorher nicht. Ja. Das ist so abhängig. Also ich glaube, eine freie Traum ist nochmal so das Sahnemöpchen. Auf jeden Fall, ja. Du kannst viel, viel besser auf das Paar eingehen. Du hast, dadurch, dass du viel mehr Zeit natürlich hast, wird es alles viel persönlicher. Also du kannst die ganze Geschichte der Beziehung mit einfügen. Das kann ein Standesbeamter überhaupt nicht. Wann soll er das denn machen? Wann soll er sich die Zeit denn nehmen? Das funktioniert ja so überhaupt nicht. Deswegen freie Traum ist natürlich klar. Ja. Also ich habe ja auch schon gesehen, wo Standesämter dann quasi, das Brauchpaar geht vorne rein, 20 Minuten Takt. Hinten steht schon die Schlange von den Nächsten und die gehen hinten raus, damit sie nicht stören. Und die Nächsten kommen schon wieder rein. Du weißt überhaupt nicht, der Reis und die Blumen, die da liegen, sind das jetzt meine oder vom Vorgänger? Weiß ich das nicht. Ach, aber mir waren Zeichenblasen, liegt das dran. Shit, ja. Also finde ich das super wichtig. Und wie man an einen Trauredner, eine Traurednerin kommt, ist eigentlich ganz einfach. Sich erkundigen, Internet, gucken, was gibt es für Meinungen oder natürlich Fragen im Bekanntenkreis. Wenn jemand eine freie Trauung schon hatte und zufrieden war, ist es natürlich naheliegend, sich mit dem Trauredner, der Traurednerin mal auseinanderzusetzen. Definitiv. Du hast eine Webseite, ne? Ich habe eine Webseite. Nein. Nein, klar. Du hast eine Webseite. Facebook hast du auch. Facebook, Instagram. 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 Und jetzt auch dieses Vero, das neue Vero, da habe ich auch mal reingeklickt. Ach, ich habe da vor einem Jahr gab es das schon. Ja, das ist schon ganz alt. Ja, und warum hat das jetzt auf einmal jemand geholfen? Weil jetzt die coolen Leute drin sind. Bist du drin? Nein. Denk mal drüber nach. Ach so, aber ich bin noch cooler. Ich glaube es schon vor einem Jahr. Nein. Nur die Leute wissen es nicht. Aber ich habe gelesen, das Fakt ist die ganze Zeit. Ja, ist, ja. Mal gucken. Da sind jetzt nur die coolen Businessleute drin? Ich bin natürlich so. Ich weiß nicht. Also es macht noch nicht viel. Es passiert natürlich noch nicht viel, weil noch nicht so viele Leute drin sind. Also wenn jetzt sich nur die Postleister da angemeldet haben und überhaupt keine Interaktion. Mal gucken, bis jetzt passiert noch nicht viel. Ich connecte nicht nach mir. Ich habe eine Chance und wenn das nichts wird, dann bin ich da auch wieder weg. Ich habe es schon so genug zu tun. Facebook, Instagram. Ja, aber es ist doch auch schön, Mona. Noch eins mehr? Nein. Ja. Wann denn noch? Ich weiß nicht. Lieber eins richtig als 15. Das stimmt. Hast du recht. Wie immer hast du recht. Nee, ich melde mich mal nachher an, nur zum Gucken. Ich muss ja nicht auf den Zug ausspringen. Genau. Aber ich... So machen wir das. Hat jetzt nichts zu tun. Egal. Aber es ist... Auch wichtig. Auch wichtig. Ihr könnt auch auf Instagram und Vero gucken. Bist du, was ich fragen wollte, bist du auf Messen? Bis jetzt noch nicht. Willst du? Ich gucke gerade mal so, was es so gibt. Vielleicht was Kleineres oder so? Was Kleineres. Was Kleineres. Und mal gucken. Also ich habe so bei zwei, drei kleineren Messen mal vorgefühlt, ob das vielleicht interessant wäre. Aber da ist noch nichts fest. Ich war auch, ich muss sagen, ich war auch noch nie als Aussteller auf einer Messe. Und ich weiß nicht, also es läuft ja so. Wenn es so läuft, wieso nicht? Aber ich glaube, Messen macht auch Spaß. Meinst du? Ich glaube schon. Ich glaube, ich würde mich davon überfordert fühlen von der Messe an Menschen. Ja, aber ich war jetzt zu Besuch auf der Trau Dich in Frankfurt und es war so... Ich wollte auch meinen Stand haben und ich wollte auch mit den ganzen Menschen sprechen. Und es war so schön und die Stände sehen dann so schön aus. Und da kommen die Leute zu dir und reden mit dir. Du merkst, ich habe keine Freunde. Ich freue mich immer, wenn fremde Leute kommen und reden. Ich habe nur virtuelle Freunde. Wenn ihr mich auf der Straße seht, komm zu mir und spreche mit mir. Ich freue mich. Ich habe auch nur virtuelle Freunde. Aber wir sind doch jetzt Freunde. Ach so, wir sind jetzt Freunde. Jetzt auch, weil wir da auf Wehro, ne? Ja. Aber ich bin immer noch, ich bleib der Winnie, ja? Ja, ja, und ich bin Spong-Sprong. Aber wir sind beide gelb, siehst du? Irgendwas verbindet uns immer. Wenn es nur die Ölchen sind. Okay, dem macht nichts, egal. Schluss. Wir labern euch nicht länger zu. Ich hoffe, ihr fandet es wenigstens ein bisschen lustig und informativ. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Oder wenn ihr auf Wehro seid. Oder wenn ihr auf Wehro seid. Instagram. Instagram. Ihr freut uns auf Instagram. Genau. Da sieht man uns öfter. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oder wenn ihr ab Lorenz dr sparks. curso. Untertitelung des ZDF für funk, 2017